heute mal ein bisschen eine laber folge zu meinen mangelnden fähigkeiten als finanzinvestor zu meiner ja ich würde mal fast sagen karriere als daytrader und crypto investor alles was ich in meinem leben so versemmelt habe meine nicht brauchbaren business entscheidungen mein zweifel an bestimmten märkten und was mir sonst noch so einfällt das könnten kriege werden weil was mir da einfällt in dem bereich aus hand und fuß hat wird wahrscheinlich nicht viel sein oder vielleicht habe ich ja sogar recht beweis genau war schon lange mal wieder fällig gut man hat ja immer so ein bisschen schlüsselerlebnisse also als kind ist es so ganz kleines bisschen geld und dann geht man zur bank und damals ich weiß noch die marktzeit natürlich gab sieben prozent und das war ich glaube ich weiß gar nicht 300 mark oder irgend so was dann da angelegt da gibt es so papier dafür jedes jahr 21 mark verdient hat man das versteuern müssen ist verjährt also wie auch immer geil ganz toll ganz große show ja und später erkennt es ja im geschäft wahrscheinlich da kommen dann irgendwelche versicherungsfuzzis und vermögenswirksame leistungen blablabla und ich weiß noch in meinem ersten shop habe ich das auch gemacht und warum hat das so in meinem kopf damals waren also wichtige sendungen zum beispiel wieso wirtschaft und soziales das sagt doch jetzt nichts weil damals wir wissen der moderator hat ein bisschen gelispelt hat man aber diesen bösen witz gemacht der völlig politisch unkorrekt ist was tun wenn der zahnarzt gepustet hat aber damals war wieso noch eine andere sendung mit das war mit publikum und sohn heute ist das er habe schon lange geguckt egal ich komme vom thema da wurde geraten immer so forst zu nehmen also auf keinen fall in diesem fest spring viel mehr rendite ja also jetzt in meinem fall was ich sage ist gilt ja immer nur für mich ist nicht übertragbar auf andere bla bla und ich habe gesagt ich habe keine ahnung nimmt von mir keine ratschläge an weil habe schon gesagt ich habe keine ahnung genau und dann habe ich mal ich glaube auch nachdem ich dann ausgeschieden bin nicht ausgeschieden habe das was anderes mal geguckt und wieso die entwicklung dieses fonds war und wenn man so alles abzieht so viel mal daumen haben die genau keine müde mark euro gewinn gemacht inflation oder hin und her aber gedacht das lassen wir jetzt gerade auslaufen den scheißdreck des konzert vergessen da konnte es ja eigentlich auch eigentlich unter den sparstrom fliegen so im prinzip ich habe es aber nicht mehr heute nachgeschaltet es war damals in diesem zehn jahres zeitraum habe das klassen auch in dieser zeit ja es stimmt eigentlich nicht ich habe mit aktien ich wollte jetzt gerade auf aktien über leiten ich habe vorher schon ich weiß da ich gar zum arbeiten angefangen und ich weiß gar nicht mehr da war irgendetwas ein börsen crash oder es war heute sagen wir sagen so ein lächerlicher schluck auf und ich habe mir gedacht damals vielleicht clever oder auch nicht könnte jetzt selber bewerten eigentlich könnte ich das auch mal probieren doch ein bisschen geld von dem brettgerl geld was man verdient hat da bin ich dann da muss man echt zur bank gehen und sagen ich möchte ich weiß gar nicht mehr irgendwelche autoaktien kaufen und das dumme ist also einfach konzert online gab es ja nicht genau mit was für computern seite denn ins internet gegangen bevor es computer gab und dann muss man natürlich auch so ein beratungsgespräch haben das papiere unterzeichnen und dann ich weiß noch dass ich damals gesagt hab naja das und das und ja passt schon und dann waren wir so kurz im gespräch und naja wenn es mit den banken oder der automobilindustrie bergab geht in deutschland dann haben wir ganz andere probleme noch das haben wir jetzt egal und ich weiß auch noch ich habe das damals viele jahre später dann mit ich glaube faktor zwei an gewinn verkauft versteuert wie immer also ich glaube effektiv kam faktor zwei heraus und habe gedacht ist super jetzt war sie auf den nächsten crash weil man verdoppelt er ist der exponentielles wachstum ja das war dann als waren meine anfangszeiten also ich habe da irgendwie keine ahnung mehr wie viel egal selbst wenn würde es nicht mehr sagen also das habe ich meine erste millionen gemacht ja und irgendwann sind wir jetzt da war der große börsen crash 28 oder was nah wo diese ganze immobilien pleite war und da kann ich mich nicht gut erinnern weil plötzlich merkt man dass das markt ist der immer sehr fliktuiert von tag zu tag weil da war ja alles durcheinander und dann fängt plötzlich an einzusteigen einfach mal zu kaufen weil es war so unheimlich billig die aktien und so im nachhinein ja die waren scheiße billig und ich weiß noch gespräche die ich da mit einem kollegen da hatte also ex kollegen natürlich jetzt so sachen so points draus wo man heute sich immer noch ans hirn fassen kann so damals wenn ihr guckt mal wenn das euch interessiert google und amazon übrigens keine börsenratschläge hier geld die sind völlig überzahlt ja viel zu teuer wenn interessant aber völlig überzahlt und ich habe damals gesagt kein börsenratschlag microsoft es wird doch nichts mehr die sind doch fertig ich habe mich getäuscht weil ich glaube sowieso dass das jetzt noch kommt aber wie gesagt kran völlig über zu diesen kursen damals werden es post kaufen sollen quasi alles geld einstecken und heute verkaufen wäre eine geile show gewesen jedenfalls also wir hatten da eine ähnliche theorie also nur haben immer nur theorien ausgetauscht aber nie irgendwie kauft oder verkauft das ist ganz übel und dann hatten wir alle so eine wahnsinns fantasie so immer man kauft billig und dann verkauft man einfach wenn es sich verdoppelt hat weil damals waren die kursschwankungen nicht groß oder zumindest 1,5 fach und versucht dann einfach immer wieder zu verdoppeln bis man an einem punkt ist wo man nicht mehr arbeiten muss völlig irrsinnige idee also nicht ganz irrsinnig wenn man die nerven gehabt hätte und egal wie es dreht und wendet das blöde ist die ratschläge sind ja immer in der richtung nimmt geld auf was er zur not verzichten könnte also nimmt es wie geht in ein spielcasino da ist halt ein denkfehler dabei außer man verdoppelt wirklich ein paar mal und der denkfehler ist halt also wenn du millionär bist auf was kannst du verzichten was wirklich nicht 100.000 euro 10.000 euro koan aber wenn du das einmal verdoppelst du hast eine million verdoppelst du zehn auf 20.000 euro ist aber immer nach steuern natürlich dann denkst du gut war schön spiel aber hat mich jetzt nicht reicher gemacht und das ist also schon reicher aber als nicht viel reicher und deswegen fängt man mit relativ wenig an was auch völlig korrekt ist weil spoiler lasst es sein also in der regel lasst es sein wenn er kein insider wissen hat und wenn er insider wissen habt ihr wisst ja dann sind wir hier irgendwo auf punkten die sowieso völlig illegal sind also es ging uns dann auch zu langsam und man konnte auch schon damals bei banken dann accounts machen wo man einfach sagt also ich sage jetzt mal day trading das ist jetzt aber alles wahrscheinlich ein finanzexperte und vielleicht würde jetzt sich da und jetzt hier entfassen weil das alles falsch ist also man kann im prinzip sehr schnell handeln irgendwas im viertelstundentakt oder so und dann kommen so die sachen wo man als normal mensch gar nicht weiß wenn ihr heute irgendwelche börsenkurse anguckt dann sind die die zeiten stimmt sich muss auch heute nicht mehr stimmen aber ich habe so 15 minuten verzögert hat gründe der grund ist unter anderem dass er dann dafür bezahlen muss wenn er die wirklich in echtzeit haben wollte und dann kommen natürlich die philosophischen fragen was ist echtzeit und dann kommen auch so die fragen welchen börsenplatznehmer welcher machten vorher auf oder nimmt man interne börsenplätze oder was ist wenn der börsenplatz jetzt schneller hoch geht als der dann kann ich ja hier auf einen steigenden kurs setzen und schlub die wupp seid ihr plötzlich auf diskussionen oder gedanken mit haltelinien und so weiter oder ihr schaut dann waren irgendwie dividendenzahlungen sind und wer guckt weil die werden ja dann euch ich krieg das gar nicht wird diese ganze ist ganze lingo gar nicht mehr so hin die werden ja so wenn die anstehen werden die eingepreist und dann wie sonst sinken die kurse oder irgend so was und der fang plötzlich an börsen nachrichten zu lesen nicht weil er glaubt was die typen da erzählen die irgendwelche komischen haltelinien und sondern weil er wisst dass die anderen glauben also müsste es eigentlich auch glauben und dann fangt ihr auch an ihr schaut die kurven an ihr habt dann auf dem bildschirm so euer ganzes geld im prinzip ihr schaut sie die kurven und dann komplett sich irgendwas und dann seht ihr schon in den nachrichten und ich muss dazu sagen jetzt natürlich immer nach dem geschäft macht es war auch wieder so eine art von stress wenn du etwas nach dem geschäft zeit hast außer die nachrichten sind so arg dass du mag schön der mittagspause raus gehst und dann telefonisch eine kauf oder habe ich einmal gemacht völlig nach sein völlig wahnsinnig also schaust die namen wenn die nachricht irgendwas steht erneute kurseinbrüche ja und dann wirst du nervös weil deine was weiß ich das gerade 50 prozent gewinn gemacht jetzt gehen die kurse wieder runter und die ganz cleveren sagen wo ich setze ein stop loss also stop loss heißt wenn die kurse der zieht immer den quasi den counter mit und wenn der kurs sinkt um kannst du einstellen wie viel je nach eurem system dann verkauft er automatisch also die steigen was weiß ich von 100 euro von der 10 20 30 50 und sinkt dann wieder 135 dann verkauft er sofort das kann eine dumme idee sein es gab auch wohl einige crashes weil das alles so gemacht haben das kann eine gute idee sein wenn ihr aktien mit 100 gekauft habt sie jetzt bei 1000 stehen und er sagt egal was passiert bei 900 will ich verkaufen weil das ist meine rente und die rente ist ja sicher hat er da blühen schon immer gesagt das war etwas anderes das blöde ist wenn das ganze ding bloß so an hustler macht dann habt ihr eure aktien los und die steigen nachher wieder ganz blöd ja und dann wird man auch sehr nervös also man man hat ein sehr nervöses leben weil man da und immer so im kopf sein geld und die kurse und da muss man da und kurse natürlich gucken weil du was was passiert heute habe ich irgendwas verpasst oje oje müssen umschichten oje 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 ich weiß nicht wie lange ich das dann gemacht habe ich habe dann irgendwann mal den stecker gezogen ich gemerkt habe das führt zu nix und bin im prinzip mit einer schwarzen null raus mein steuerberater hat die krise gekriegt weil dann kommt dann an transaktionen so ein ordner damals wurde ich weiß gar nicht mal wann genau diese transaktionssteuer eingeführt und es war auch nervig weil da ja von jedem gewinn was abgezogen wird und jetzt sage ich es wahrscheinlich nicht korrekt also jedenfalls hatten dann schon einige idee die ganzen transaktionen im ausland zu machen wir könnt ihr problemlos an der bank im ausland den kurs man das keine finanzberatung geld und es danach zu versteuern weil es wird ja immer weniger bei jedem gewinn und ich weiß gar nicht wie die verluste gegeneinander kann ich kein finanz heim ist auch zu lang her und ich bin dann mit einer schwarzen null aus dieser ganzen aktion raus heute im nachhinein ich hätte den ersten trade der nicht gemacht habt ihr nicht lassen sollen und sollte verkaufen sobald er heute auch wieder nicht was könnte weiter steigen können das ist nämlich der punkt viele sagen kaufen und einfach liegen lassen und vergessen das stimmt aber wenn man gierig wird und jetzt immer wieder bei wall street im film greed wenn man gierig wird man sich denkt moment aber jede auf abwärts bewegung ist ja eine chance und wenn sich die kumulieren dann kommt ja viel mehr raus und jetzt werden sicher von euch einige sichtbar finanzinstrumenten besser erkennen auskennen als ich aber das war so mit dem ich rausgegangen bin und es ist deutlich ein entspannteres leben und ich selber würde mir einfach nur den rat geben im nachhinein den ich dann später auch bei öfters mal befolgt habe dann wird die zeitungen sagen die börse ist im arsch dann wird es interessant und dann einmal kaufen kaufen kein finanztipp und wenn man kommt für die kurse steigen in den himmel dann verkaufen dann nimmt irgendeine populäre zeitung egal welche geht zu einzelhändler des geringsten misstrauens schaut einmal durch die zeitungen durch egal um was es geht also damit könnte man theoretisch geschäfte machen und das was auf der titelseite steht wenn da steht bitcoin ist das geilste überhaupt dann ist es zu spät oder entsteht der bitcoin crash werden wir alle sterben über kaufen nachdenken bei bitcoin ich habe einen spaß gemacht habe ich auf facebook und twitter ab und zu mal so jetzt könnte man kaufen so einfach nur für spaß im nachhinein und jetzt kommt der klug scheiße wir hätten wir da echt viel geld verdienen können weil es psychologie ist und sowohl bei bitcoin über aktien haben ja auch viele nicht verstanden was kurse bedeuten weil ich habe es auch nicht verstanden weil da gibt es das buch flash boys dann müssen wir kurz mal darüber reden meine aktien und so weiter und börsen sind komplett kaputt da brauchen wir darüber diskutieren weil dieses high frequency trading wo es um die geschwindigkeit eurer anbindung an die börse geht weil euer algorithmus versucht schneller und besser zu funktionieren als der der anderen weil die anderen versuchen natürlich zum beispiel wenn sie merken da ist ein großer käufer der will viel aktien kaufen dann setzen natürlich die preise hoch und um das zu kaschieren das ist jetzt so die deppen erklärung um das zu kaschieren werden dann die trades verteilt oder anders gestückelt damit die anderen algorithmen das nicht erkennen und so weiter und geht also das sind im prinzip so robot wars mit software gegeneinander die da laufen und dann geht es darum wer am schnellsten angebunden ist und dann entstehen dann plötzlich schwingende systeme und das ist so gut sich aber da habt ihr eh keine chance was ich sagen wollte der kurs wert der normale das ist ja nicht so ganz korrekt also jedenfalls nicht so wie es versteht also wenn ihr da wie ich es beschrieben habt ihr sieht plötzlich die kurse vor euch fallen und wollt verkaufen immer an eure 1000 euro aktie sitzt bei 900 kurs 900 euro er sagt verkaufen dann könnt ihr euch was ganz option nicht mehr könnte sagen also mindestens so und so viel drunter verkaufe ich nicht du weißt nicht was die software am anderen ende macht aber wenn da jetzt 900 steht nimmer selbst wenn es bei 900 stehen bleibt dann heißt es an sich nichts weil es kommt darauf an wie viel verkäufe und käufe gerade stattfinden das 900 ist der letzte trade der gelaufen ist es kann aber sein dass gerade überhaupt keiner bock hat diese aktie zu kaufen deswegen kriegte die um diese neuen nicht weg sondern der erste der nächste wird dann erst um 700 wieder kaufen dann danach also ich erkläre es ein bisschen für die deppen so wie ich mir zusammen gereinigt danach sinkt dann der kurs aber das heißt nicht dass das ist im prinzip der kurs hat ist nicht das preisschild auf der aktie sondern das preisschild des letzten deals oder im schnitt bla ist ist aber auch wurscht also wenn ihr euch so im detail wenn jetzt darüber motzt und mich korrigiert dann seid ihr eh schon so weit drin dass jetzt dieses video gar nicht braucht deswegen ist es auch alles sehr sehr irreführend das ganze und wir brauchen darüber reden dass aktien vom gedanken hier eine gute idee sind meiner meinung nach aber völlig miss miss gebraucht wurden ags furchtbar sind meiner meinung nach weil es nur noch dazu führt dass kurse optimiert werden und nicht mehr unternehmen optimierten und umsätze optimierten statt gewinne über gewinne könnte diskutieren dass für aufsichtsräte und quartals ich glaube dass für das alles viel zu weit lassen wir den teil mal ja gut dann ist es natürlich klar dass der mensch von welt dann über immobilien nachdenkt habe ich aber nie gemacht weil wir wissen ja immobilienpreise steigen immer immer im also immer immer und immer dann wenn finanzkasper sagen dass es nicht falsch sein kann weil es schon immer so war werde ich misstrauisch was passiert denn gerade und das ist jetzt auch das ist nur wieder eine theorie von mir leute machen absonderliche konstruktion die nehmen kredite auf um wohnungen zu kaufen der kredit wird abgezahlt durch die miete weil man kann ja immer alles vermieten in städten steigen die mieten und es steigen natürlich die wohnungspreise die handwerker preise steigen weil bauboom warum ist dann auch unter anderen bauboom weil geld billig ist und man für geld keine zinsen auf der bank kriegt also führt das zu immer mehr und immer mehr deswegen steigen die aktienpreise auch wenn geld eher eine fragliche größe gerade ist aber auch das ist eine ganz andere diskussion die wohnungspreise steigen die handwerker preis steigen das ganze wird als immer aufgeblasen meiner meinung nach sind städte sowieso also großstädte schon uninteressant geworden was passiert da wird es um kippen da schaut euch doch teilweise manchmal die noble einkaufspassagen an ok vielleicht kann man damit noch was anfangen aber für mich ist es inzwischen eher fraglich und irgendwann könnte eine bewegung einsetzen wenn es nicht schon passiert das war die mieten so teuer sind sich das nicht mehr finanziert und die wieder rausgehen und dann könnte es sein dass der ganze spaß um kippt und zwar vielleicht nicht auf die schnelle aber so richtig heftig ich habe neulich einen beitrag gesehen der hat mich dann noch mal zum nachdenken gebracht es so richtig teure gebäude stehen in usa teilweise leer die wohnungen sind verkauft aber stehen teilweise leer die sind voll mobiliert alles es gibt gerade einen trend weil ja geld für geld kriegt man nichts geld ist ja unsicher wohnungen zu kaufen und die wie ein asset zu behandeln also wie etwas ein tausch objekt wohnungen werden also es war immobilie war ja etwas was die ganze reich schwer handelbar also nicht schnell handelbar ist und die werden im zustand gehalten jetzt kommt bisher meine interpretation rein wo sie eigentlich schnell handelbar sind ihr könnt sofort eine wohnungsbesichtigung machen vielleicht war der eigentümer auch mal da hat dann wieder die putz freigeschickt weil wir reden davon wohnungen die im x-stelligen millionenbereich kosten die werden aber teilweise nicht benutzt in teuren stadtvierteln und jetzt ist die frage wenn davon mehrere also wenn da solche wolken kratzer entstehen die im prinzip leer stehen dann habt ihr geisterstädte investment geisterstädte oder stadtviertel irgendwann ist die frage ob da noch jemand wohnen möchte also ob dann irgendwann plötzlich die leute realisieren wenn ich da jetzt wirklich einziehen wollte wenn ich wirklich dass diese wohnung in geld verwandeln oder in praktischen nutzen verwandeln würde oder wenn ich vielleicht auch nur meine kumpels zu einer party einladen möchte dann hocken die hier in einer geisterstadt da gibt es nicht mal einen shop weil die shops müssen geld verdienen wenn keine leute da sind die u-bahnstation ist menschen leer da vielleicht wird wird alles sauber gehalten wie zau aber steril halte vielleicht passiert was und dann wird es interessant wäre aber etwas gutes passieren würde weil dann kippen diese werte dann werden vielleicht schneller als wir denken ich weiß nicht ob die sicherheiten dann irgendwie verwendet werden die dann zum beispiel kredite absichern was dann wieder ein kollaps des bankensystems auslösen könnte weiß ich nicht keine ahnung weil wenn wir eins gelernt haben dann ist es dass die business kasper und finanz kasper auch nicht wissen was die welt zusammenhalt und warum es überhaupt noch funktioniert so richtig wissen sie es nicht glaubte ich was passiert dann ich weiß ich habe keine ahnung vielleicht normalisiert sie es auch wieder nur vielleicht ist das wäre das auch gesund weil wir haben viel zu viel geld wir können über geldmengen diskutieren im umlauf bargeld wird durch die inflation wieder entwertet weil wir das geld drucken und ende und im prinzip trifft es ja immer die leute leute wie ich und du oder du und ich oder die anderen halt es wäre im prinzip die rache der entnervten wenn auch die in anderen einkommensklassen dann auf diese art und weite mit entwertet werden ob es passiert ist fraglich weil wahrscheinlich wird erst mal die treffen die so diese ich sage jetzt mal mittleren wohnungen gekauft haben und als sichere anlage für alter oder was weiß ich was auch benutzen wollen wir wissen sich was passiert ich wollte nur mal den wirren gedanken in den raum werfen weil vielleicht widerspricht mir einer und sagt oder erklärt mir plausibel dass das totaler blödsinn ist meistens kommt jetzt an der stelle das jahr zumindest wenn man es wenn man es selbst bewohnt das zumindest mal fürs alter dann doch nicht geschickt geschickte sache ist ja ist klar es gibt leute die behaupten das gegenteil wenn ihr jetzt meine meinung ja wieder kein finanztipp wenn die häuser dann 30 jahre älter sind 40 jahre sondern 30 40 jahre älter sind die habt ihr frisch gebaut was wenn man jetzt mal von dem was jetzt gerade passiert hoch rechnet ihr habt es vielleicht vor zehn jahren gebaut man auch vor zehn jahren es gibt jetzt schon momentan bestrebungen dass die energie und wärmeschutzverordnung geändert werden im moment also es ist noch nicht so ganz klar die eu plant irgendwas im moment ist so lange drin wohnen bleibt kein problem aber wenn man es vermietet dann also bei besitzer wechsel und vermietet dann muss man dann vielleicht nachrüsten blabla bei heizungen und so weiter passiert es manchmal schon dass er dann gezwungen seit nachzurüsten je nach eurem heizsystem es ist ja nicht völlig undenkbar er müsste man den gedenken bestandsschutz es kann aber sein dass wenn eure alte heizung verreckt ihr auf ein anderes system umrüsten müsste wieder sagen wenn also wenn er gerade gebaut habt ihr wahrscheinlich schon etwas wahrscheinlich eine zeitlang hält auch nach neueren gesetzgebungen aber ich will euch darauf raus dass es sein kann dass euer gedankengebäude zusammenbricht weil er plötzlich dann gezwungen seit einen betrag was weiß ich in zehn prozent des hauspreises zu investieren um wieder den gesetzlichen normen zu entsprechen ich hatte das ist quatsch oder ich bin mir nicht so sicher und wenn man das dann zurück rechnet ist immer die frage ob mieten nicht schickter gewesen wäre weil dann der vermieter euer problem löst und wenn es nachher als argument kommt ja aber geld ist ja nichts mehr wert und geld also in einem horrorszenario ja gut aber dann könnt ihr nur hoffen dass dann die probleme so groß sind dass sie nicht auf den quatsch kommen oder den quatsch durchsetzen aber jetzt gesagt also solche regelungen durchzusetzen weil wenn kein geld mehr fließt und alles zusammenbricht dann habt ihr auch keins euer haus zu modernisieren aber vielleicht ist es dann halt auch so in diesem krisenszenario von dem keiner weiß was ob es überhaupt passiert ich persönlich glaube das nicht ja jetzt bin ich der optimist ja ich tatsächlich ich bin da wie sagen der erfahrene oder optimistischer pessimist oder ein optimistischer realist oder pessimistischer wie war das ein pessimistischen optimist mit erfahrung ich glaube an systeme systeme heißt dass damit meine ich da es gibt keine großen verschwörungen aber es gibt regeln definieren wie systeme funktionieren und dann passiert etwas was meistens die leute die das ursprünglich angefangen haben nicht bis zu ende gedacht haben oder sie nicht im griff haben und ich glaube dass die systeme immer so funktionieren dass die die macht haben in welcher art auch weise auch immer diese behalten das heißt politiker lassen das system immer so lange schwingen dass sie oder ihre partei oder ihre kumpels an der macht bleiben beispiel wenn das rentensystem zusammenbricht dann ist es denen zwar wurscht weil sie das schon irgendwie gelöst hat gelöst haben dann werden sie aber nicht mehr gewählt oder die leute rennen brennenden fackeln rum ihr wisst was ich meine deswegen wird es immer meiner meinung nach immer so viel rente geben oder immer ein system dass die leute den leuten ein ein grundeinkommen sichert außer das system hat ein unterschwinger der über der marge liegt könnte man sagen im wirtschaftlichen bereich genau so da bin ich mir bloß nicht sicher ich bin bei beiden nicht so sicher weil eine größe kann ich nicht einbrechen das ist die dummheit viele rechnen nicht wirklich weiter also wenn der irgendein autobauer irgendwelche sehr viele standorte schließt in deutschland und dann denkt dass die leute weiterhin autos kaufen die bei ihm nicht arbeiten dann sagen think again wobei man auch viel durch gesetzliche regelung machen könnte aber das führt jetzt wieder zu weit das führte wieder auf subunternehmer und ein eine andere theorie oder eine andere frage wie wie kann es sein dass das wird echt abweilt dass wie viel an guten tagen vier leute bei mir vor der haustür stehen kann man sagen die pakete oder post bringen zwei verschiedene brief austrage dienste wenn ich eine zeitung abonniert hätte würde in der frühe noch jemand kommen der zeitungen bringt und dann zwei paket dienste nochmal fünf an guten tagen würden fünf leute etwas was von einem punkt a zu einem punkt b transportiert werden muss bei mir vor der haustür erscheinen und die rennen auch durch ganz deutschland durch alle und ihr habt gut es kann ja immer sein dass einer irgendwie etwas billiger macht du konkurrenz ist immer gut aber am ende des tages behaupte ich mal wenn zu viele in demselben markt sind dann stimmt hier irgendwas nicht also jetzt in diesem markt die genau das gleiche tun es wäre viel effizienter zum beispiel wenn der subunternehmer von dem einen versand unternehmen und der subunternehmer von den anderen versand und der subunternehmer wenn die sich einfach zusammensetzen würden und sagen servus cari du fährst was wir schmeißen das alles in eine lkw das angst du kommst dort mit deinen drei scanners drum hast irgendwie drei appartements oder wie auch immer in deinem lkw schmeißt alles rein und dann fährst du einmal rum statt mir alle drei ja es kriegt es klingt witzig die idee geld aber wundert mich dass noch keiner man könnte sich einen tollen namen da finden dafür synergie übrigens wenn business casper von synergie sprechen kleiner tipp rand forest okay ich glaube damit werde ich für heute mal schließen das ist lang genug so ein bisschen meine business laberei auf meinem rauber kanal wenn sie interessiert hat ist schön wenn nicht dann sei der inzwischen nicht mehr da also dann bedanke ich mich für euer interesse ich hasse das also obwohl bei youtube kann man sich eigentlich schon für die aufmerksamkeit bedanken oder weil die leute in den vorträgen sonst wenn die leute vielleicht zwangsam eingesetzt werden die hocken halt da weil sie da auch müssen bei youtube sind sie entweder eingepennt aufstehen aufwachen auf aufwachen bei youtube sind sie wenn sie nicht eingepennt sind sind sie mit absicht da war sonst hätten sie weiter gespielt also ja also schön dass ihr so lange dabei war bis zum nächsten aber video auf wiedersehen